Herr Geber, zwischen der Swiss und dem stationären Vertrieb hat es letztendlich wieder etwas gekrosst. Wie gestaltet sich aktuell der Austausch und was wird da alles überhaupt besprochen? Den Austausch habe ich seit meinem ersten Tag als konstruktiv erlebt. Wir sind auch in sehr häufigem Austausch. Ich höre auch von den Partnern im Trade sehr positive Feedbacks über das Key Account Management der Lufthansa Gruppe in der Schweiz, was mich natürlich freut. Auch in nächster Zeit sind weitere Gespräche geplant. Wir werden einen runden Tisch einberufen Anfang September und mit den grossen Partnern als auch mit dem SRV zusammensitzen und konstruktive Lösungen suchen.